Moin Leute, ich bin gerade auf dem Weg zur Löwen-Torwartschule, da mich mein Trainer Marc eingeladen hat. Danke! Und jetzt gibt's kurz Mittagessen. Käse-Spätzle. Echt lecker. Danach gibt's eine Trainingseinheit, da werde ich durchgeknechtet. Bei Marc, die sind ganz schön anstrengend. Da freue ich mich auch schon echt drauf. Jetzt kommt mit! So, Teller, Trainer. Gar geschmeckt? Sandro, der hat auch geschmeckt, oder? Natürlich. Jetzt ist eine kurze Ruhepause. So, und jetzt auslaufen. Okay, also, Tag 2. Heute geht's mit Stationstraining weiter. Hier hinten im Käfig des Todes von Marc Lamberger geht es ins 1 gegen 1. Ja, so weiter. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was da hinten und da hinten ist. Wir werden's sehen. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, zu Tor-Schuss. Das war ein gutes Bild. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Hold up. Brass. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Boot up! Sehr gut! Es macht keinen Spaß. Ja, diese Runde lief nicht so gut für mich, aber ich schaue mal, was ich machen kann. So, Training ist vorbei. Hat mega Spaß gemacht, war aber auch richtig anstrengend. Das Wetter hat so gewallert und jetzt geht's dann nach Hause und dann gibt's wieder Döner, wie immer.